Ja, moin ihr Döglitsch, ihr fahrt nur Döglitsch vor, und heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Patch 1.31 in eurer Garage fahren könnt. Als allererstes begibt ihr euch zu der Location und besorgt euch dieses Auto und fahrt mit diesem Auto zum Los Santos Customs. Wenn mit einem Los Santos Customs angekommen sind, kauft ihr euch ein Peisender, kein Vollkasko, denn sonst funktioniert der ganze Glitch leider nicht. Seid ihr dann bei eurer Garage angekommen, könnt ihr dann in irgendein beliebiges Auto einsteigen, außer in das Auto, was ihr gerade gefahren habt. Und dann werdet ihr schon sehen, wie ich jetzt im Video vorzeige, dass ihr einfach in der Garage fahren könnt. Wie geil ist das denn? Auf jeden Fall, den Glitch habe ich von World's Finest Gamer und Thraps, sie sind beide verlinkt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.